Nein, ich übernehme das. Also gut, Bäcker, aufmachen! Polizei! Wir haben jetzt deine Methode ausprobiert. Jetzt versuchen wir es mit meiner. Wer ist da? Der Zimmerservice! Oh! Äh, 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 ich weiß nichts, ich habe nichts gesehen und ich sage auch nichts. Nichts? Das Wort heißt nichts und nicht nischts. Da ist kein Ü und kein Sch, das heißt nichts. Na gut, okay. Nichts, nichts, nichts. Okay, jetzt zufrieden. Schon besser. Aber das war es nicht, was du...